Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Arammeln! Dabei sind ganz viele. Der Manu ist dabei, der Blake ist dabei und die Yadi ist dabei. So wie ein Random. Na ja, los ihr Menschen! Ayo! Ayo! Und wir spielen Mel Fight. Wir haben im Gegner-Team recht viel AP. Nehmen wir Schuhe, Dorns Shield und 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 und. Einmal Magiri sie mit. Und Tränke natürlich. So, ihr macht da vorne schon Party? Oder was geht ab? Ja, Freili. Ja, Freili. Ja, wir haben gute Support-Power. Auch gute Stun-Power eigentlich mit Vega und Zersnack-Power. Allerdings auch recht AP-lastig. Ich will jetzt mit Mel Fight als einziger Tank nicht unbedingt auf AD spielen. Ja, hau mich doch, Timo. Hau mich doch. Aua! Das ist ein Tank-Timo. Ist ja geil. Ah ja. V9 hält auch viel auf den Kopf. Und die machen ein toller Outschen. Ich hätte mir vielleicht mehr Magiri sie mitnehmen sollen. Ja, immer auf mich. Kann du mal aufhören? Ah ja, ich bin ja Tank. Da darf man. Oh, der hat aber gut gefressen. Leider nicht gut genug. Eine Kette verfehlt. Ja. Ah, das wäre jetzt so schön den Timo einfach weggesnackt. Das wäre klasse. Ein Timo weniger. Au! Schöner Arsch. Ah ja. War wieder gut hier. Boah. So viel Mana habe ich auch nicht. Ja, der Kech, den haben sie wahnsinnig reduziert. Der ist. Flossplört! Wuhu! Da kam The Rolling Stone nochmal durch. Ja. Hat doch gepasst. Situation erkannt. Gefahr gebannt. Alles cool. Ja, also sag mal. Was macht der mit einem dummen Laser? Warte, den erstmal genau dahin, wo ich bin. Frechheit. Ja. Ja, also sag mal. Kein Ding. Ich bin ja Tank. Oh, ich hasse dieses Mund-O-Beil, ja. Das ist so Mund-O-Beil. Boah, Anko. Klatsch, klatsch. Das ist das Mund-O-Beil. Dieses hässliche, hässliche Mund-O-Beil. Hä? Ich denke, auf lange Frist könnten wir einen enormen Vorteil haben. Durch den Support, den man, den ihr liefert. Bin um. Ja, das ist natürlich dann später nicht mehr das Problem, aber... Nö. Nice. Oh, ein Timo. Ja, ein toter Timo. Das sind mir die Liebsten. Alles klar. So, erstmal weg, treiben. Tschüss, Mundo. Oh, müsste mein Stein kam nicht mal mehr an. Der ist zu langsam. Ich wollte doch bloß, es ist... Ich wollte doch nicht mal den Kill. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Ah, dafür hab ich dir hier einen Kill gehäufe. Danke schön. Ja, süß du. So nett bin ich. Oh, ne Ulti. Oh, ne Ulti. Geil. Nein. Boah, was soll's. Scheiß drauf. Ja. Ja. Wenigstens den Timo noch geholt. Schön. Das war's wert. Ganz ehrlich, das war's wert. Stillabend? Wie, total? So, wozu haben wir uns denn hier ein bisschen Magieresie geholt, wenn wir sie nicht nutzen? Äh, du 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 du. Belota Wilks, rrrrr, ich bin halt Stein. Oh nein, dein Ernst. John ist, was? Ja, war, ab, der war, ein Millimeter außerhalb meiner Reichweite von der Öde, sonst hätten wir uns jetzt noch der Rise holen können. nur für arsch ja kann man ja hier zeigte mal wie man sich prügelt wo war ja vorsicht die ulti von victor nein gift oh nice gut war jetzt doof egal mehr magie resi das ist die devise wohl ein bisschen rüstung gegen die k6 naja du bist ja doch 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 ein bisschen kann man mal schon alleine wegen der tatsache so ein feuerumhang ist einfach mal mega einfach reinstellen und schaden machen ohne dass man was macht kommt zurück ja das war ein bisschen doof mit seiner ulti da drunter zu jumpen ist ja nicht so dass man da sehen würden was du hast das auch abbekommen ja die kommen ja ja noch haben sie da alles angeflogen kommt vorsicht pils am viel ok vorsicht weg 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 alles cool ok da ist wieder einer tatschung lernt aber auch nicht die machen mir ein bisschen viel schaden rumpst ein und wieder raus ja der k6 der macht natürlich gut schaden adi hat gut gesessen vorsicht apropos ulti ja gut er hat er hat mit seiner kuh gekriegt das bringt ja auch ordentlich was enorme vorteile doch ein bisschen rüstung reicht's ne reicht nicht aber jetzt noch ein deutsch hielt passt schon der tutsch ist auch echt auf magiere sie gehen von trotzdem wird das nichts was sogar zwei kills mensch der falsche pure verwirrungstaktik das ist alles nein der hat mich festgesetzt hat einen ball auf mich geschmissen ich habe es mit meinem ausschnitt aufgefangen ist das so männlich auch so was von männlich tja das war jetzt natürlich vorsicht dass es überspringt ja nice nice dann ist noch ein Mundo kann man helfen oh nein Leute ja 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 weißt du wie das zieht mich nicht zurück ach so der hat das einfach nicht ich habe jetzt fest damit gerechnet dass mich das wieder aus der tower range raus zieht das war jetzt ein bisschen ja doof ne ja 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 weg mit den heiltringen brauche ich kein schwein was da was da keine ahnung wahrscheinlich ein bisschen rum alle leuen äh wundu was für tostchen oh ne das ist ein Reis ein tanzender Reis oh tschüss ein tanzreis ein tanzreis ach ach wir gehen mal gucken ob hier ein Pilz ist ja ein Pilz oh interessant hier ein Pilz nope fuck hast du davor war ein Pilz Hm, 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 hm. Und der Timo kann aber schön fliegen. Der Timo geht mir so hart auf den Sack, Mann. Hat er mich einfach gecaged. Alles klar. Achso, du hast ja ein Ohr. Bis ich das mal realisiere, ne? Ja, eben. Ja, und kaum noch nicht. Was? Ah, ihr Schnipps. Na schön. Ja, Earth, Wind and Fire oder was? Ah, die Ulti. Shit. Habe ich gerade nicht realisiert, dass die Ulti da drauf war. Ich bin heute ein bisschen abgelenkt, habe ich so das Gefühl. Ja, aber okay. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, was wir hier machen. Timo geht mir hart auf den Keks, aber hey. Egal. Timo ist auch scheiße. Außer wenn ich ein Spiel. Dann nehmen du Spaß. Reicht nicht, reicht nicht. Schade. Da haben wir auch schon losgelaufen. Aber war nicht viel mit Einkaufen. Ganz schnell kaputt machen. Bester Plan ever. Hups. Ja. Da kommt man da, ist ein Keks. 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 Vorsicht, oben ist noch. Oh, so süß. Oh, so süß. Oh, so süß. Ja, vielleicht rettet man dich. Oh, das ist nett. Danke. Es wäre ja ganz gut, Supporter zu helfen. Man munkelt, dass das sinnvoll sein soll. Ja, das supportet den Supporter. Ja, guck mal ein Tower. Ja. Jetzt nicht mehr. Kein Pilz? Wundert mich. Ah. Nee, der Tower hat mich gar nicht gehittet. Oh, geil. Nice. Weg da, Mundo. Oh, ich hab's trotzdem gekriegt, weil er sich drüber geflasht hat. Ah, kein Ding, kein Ding. Alles cool, alles cool. Warum hast du Manu geschild? Ich hab's noch gelaufen. Mensch, Manu. Hör auf zu trollen. Ja, Keks. Kommt die Tower, oh, Digga. Ja, gar 6, ey. Ohne Scheiß. Er hat's versucht. Das ist... Töblich, aber dumm. Äh, still alive. Ja, guck mal, was ich habe. Ne Prise fick dich. Ne Prise fick dich. Hm. Nun ver... Erlesenste Auswahl. Oh, Digga. Nur zum Abschmecken. Oh, Mann. Ah, schön. Achtung, Keks um. Gut, hätte man vielleicht auch anders lösen können. Aber ich muss auch mal wieder einkaufen. Ja, der Magiri, gib ihm. Ja, guck mal. Erstmal Sony, sagst du. Wer braucht schon hier? Oh, nee. Junge, was bist du von Trottel? Na tausend, hier, zack. Da haben wir das auch gleich zusammen. Noch ein bisschen Leben. So. Ein bisschen diebenhaft war da schon, ne? Na, passt doch mal. Ich habe 6000 Gold. Was mache ich damit? Shopping. Das ist so ein Kostell. Na, alles klar. Na, alles klar. Ich habe ein Timo gefunden. Wollte der sich da unsichtbar machen. Da wollte der sich da unsichtbar machen. Mundo. 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 Jetzt haben wir uns beide langsam gemacht. Toll. Die ignorieren mich einfach. Bis auf der Timo. Der ist voll dabei. Oh, ist der Karsix doof, ey. Ja. Einfach hinterher. Keine Rücksicht auf Verluste, Gibi, ne? Aber, na ja. Das finde ich als äußerst strategisch klug. Um nicht zu sagen, dumm. Und mit klug, weil ich dumm. Wird strategisch, weil ich dumm. Guck mal, ein bisschen mal die will. Ja. Hilf bei denen echt. Also, bis auf den Karsix. So, wir machen wieder ein bisschen Platz. So. Sonnenfeuer, Umhang. Die haben gerade noch nicht unser Tor. Ich kriege vor, sind das Lucien. Lucien? Ne, Lucien spielt nicht mehr. Achso, kein Lucien dabei. Ich habe die Burakel vergessen. Ach, verflixt. Eigentlich hätte ich kein Gold gehabt. Ich wusste. Blup. Hei-Hu. Bam. Geht nicht nur eben lang gelaufen, aber der war nicht. Oh, süß, der Dauer. Ist ja süß, wollte ich da Krautschaden machen. Juhu. No. 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 Wir haben euer Tank und unseren Sports. Ja. wir haben gerade alles ganz auf mich ausgauen apropos auf den tank gehen das war alle auf mundo wir haben wie alle leute ja ein tag das war der erste noch drei erst mal so oder peter kill beim 1 uhr wir haben auch ein bisschen auf den keks gerade hat sie auch noch ignited tschüss tschüss hat sich angejumpt oder hat sich ausgejumpt ja schon gut im hochsprung sein der tower hat mich gerade gehittet also das was ich meinte jetzt am ende das war einfach eine welle die auf sie zukam zwei supporter mit einem guten tank das überrollte ich einfach der mundo der war zwar auch nicht schlecht aber der hatte halt nicht den hier hinter sich wie bei uns und das schild also andersrum wäre das bestimmt mindestens genauso böse gewesen damals so hatten wir den vorteil und haben das ding halt effektiv gewonnen schön habe ich auch von uns erwartet habe meine erwartung erfüllt ich danke euch und in diesem sinne bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt tschüss